Das ist doch kein Schlechstau. Das ist ein Gutter. Oh ja. Oh ja. Vielen Dank. 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 So, unglaublich. So, da ist er. So, der nächste 2 Meter Fisch. Ein paar Wurf gemacht. So, da haben wir an den Platz. So, da wird er mit Sicherheit noch eine Änderung kommen. Aber er arbeitet schon sehr gut. Der erste Fisch, den ersten Fisch. Und er hat heute, hat er hat heute, hat er heute, hat er hier fantastisch zugeschlagen, so wie er ist. Die können, die können, die können, die können, die Welser können unheimlich gut einsaugen. So, auf geht's zum nächsten. So, da ist er.